Hochdruckeinfluss kann sich in den kommenden Tagen bei uns durchsetzen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net und einen wunderschönen guten Morgen. Mit dem Hochdruckeinfluss bekommt dann auch die Sonne mehr Chancen und hat endlich bessere Karten auf der Hand. Wir schauen einmal auf den Strömungsfilm. Da können wir nämlich erkennen, dass momentan weiterhin recht kühle Luft zu uns strömt, die für habsiche Temperaturen sorgt. Zum anderen können wir aber auch sehen, dass dieses Hochdruckgebiet seinen Einfluss ausbaut und die Tiefdruckgebiete immer weiter zurückdrängt. Heute, da sind bei uns in Deutschland noch mal viele Regenschauer unterwegs, gelegentlich auch mal mit Blitz und Donner. Dazu weht weiterhin ein herbstlicher Wind, der in Böen auch mal stürmisch sein kann. Vor allen Dingen im Westen und Südwesten, da geht es schon etwas freundlicher zu. Hier hat die Sonne auch schon viele Möglichkeiten gegenüber den Wolken. Schauer sind hier eine Ausnahme. Und auch in den anderen Landesteilen wird es trockene Abschnitte geben, in denen Sonnenstrahlen einzelne Chancen bekommen. Die Temperaturen erreichen dazu maximal 18 Grad, stellenweise nur 10 Grad. In der Nacht, da werden die Werte schließlich auf 10 bis 2 Grad zurückgehen. Dazu sind auch noch mal ein paar Schauer unterwegs. Verbreitet wird es in der Nacht dann aber trocken zugehen und mit Auflockerungen, in denen die Sterne zum Vorschein kommen. Am Dienstag, da kann sich dann immer mehr der Hochdruckeinfluss bei uns durchsetzen und wir sehen schon, die Sonne hat einige Chancen. Regenschauer, die sind vor allen Dingen noch mal in der Osthälfte mit dabei und das bei Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad. Am Mittwoch, da machen die Werte ebenfalls maximal bei 18 Grad halt. Dazu geht es trocken zu und mit einer wechselnden Bewölkung, bei der aber die Sonne einige Möglichkeiten hat. Noch etwas freundlicher wird es dann zum Donnerstag. Da bekommt die Sonne viele Chancen und die Temperaturen klettern ein wenig in die Höhe. Bis zu 20 Grad sind hier gerade so drin. Zum Wochenende, da sagt der Trend allerdings, dass es dann schon wieder herbstlicher wird und dann ab Sonntag auch wieder kühler weitergeht. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst ihm gerne den Daumen nach oben da und klickt auch noch auf Abonnieren. Habt eine wunderschöne Woche und einen tollen Wochenstart. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.